Aber es ist jetzt so ein bisschen eine Insel da. Schon, gell? Gut so, gell? Guten Tag! Tschau! Guten Tag! Guten Morgen! Winke, winke! Winke, winke! Eine letzte Runde! Tschau, die Heidi! Ja, immer noch, gell? Immer noch. Immer noch die Heidi, aber bald die Heidi am Berg. Genau. Montag. Hallo! Hallo, Andi! Kommt der Knopf mit? Gott sei Dank! Und der sexiest man alive! Yes! Siegfried Pink! Siegfried Pink! Siegfried Pink! Ich wollte aber nur förmlich sein. Siegfried ist nicht sexy. Okay, passt. Sehr schön. Und genau das passiert immer, wenn ich Kaffee will. Die Kaffeemaschine hat viele Kilometer. Im Hintergrund der Chef vom Chef. Wehmütig. Wehmütig. Ja, wehmütig. Aber irgendwie auch gut, dass es jetzt vorbei ist. Es ist jetzt schon ein bisschen absurde. Aber, aber, aber schon, ja, wehmütig. Hopp! Die Haare schön. Du klipserst heute in der Fliesel hätte dich schon rausputzen können. Aber gut. Seit 26 Jahren war es noch nie so gut. 26 Jahre da? Ja. So schön sein könnt. Bleibt der ganze Mist. Rammt sie jetzt nicht zusammen. Niemand hat weggerammt. Ist es traurig? Jo. Es ist alles leer. Allo Time. Hast du eine Party Party? Entschuldigung. Wir haben immer Party. Wein. Bier. Softdrinks. Aha. Und, äh... Sowjeten. Ja. Zum Glas unterstellen. Damit wir keine Randungen. Was hast du da? Eisenhardt, wie dieser Schlumpf. Heftig. Kaffee. Ich habe einen. Ich habe einen Karpfen gegessen. Ja, es gibt aber keine mehr für dich. Ich habe einen Manderin gegessen. Ich habe ja schon ein paar Jahre mit. Ich habe ja auch schon gegessen. Es wird nicht besser. Du bist jetzt schon älter als du vorher warst. Mhm. Aber dann ist es wurscht. Weil du da 44 oder 44 bist. Ich weiß dann, ein 50er. Es geht schnell. Ja. Aber ich kann noch nicht davon reden. Ich bin dann meist 29. Wieso da sieht es bei einem Kaffee, schaut richtig g'scheit eigentlich aus. Ich finde alles, was aus meinem Mund kommt, ist einfach nur toll. Der war mir immer ein zuverlässiger Kollege. Er war immer da vor allem. Egal wann du kommst. Und er steht hinter dir. Und manchmal stellt er sich auch vor dich, wenn es notwendig ist. Enrique ist für alle da. Ja. Ich habe viel erlebt da. Ja. Die Andrea wollte mich einmal hauen. Die ist mir nachgelaufen. Und die Andrea ist schnell, das glaubst du nicht. Ja. Das ist ein Gläser weg, dann. Und ich erinnere mich mit einem Bezänzen Stösser. Ich habe eigentlich so... Sie hat ein bisschen austariert. Aber der Spruch, scheiße, nicht einmal runtergefallen. Ich bin ja nachgegangen, bis 4 Uhr zum Aufruf. Und der Aufruf hat dann das Leben gerettet. Da hätte ich auch eine Änderung. Die Heizung ist auch schon an Draht. Ja. Immer noch wärmer als oben. Ja? Ja. Tja. Ja. Du glaubst, ich mache ein Foto? Nein, wir machen ein Video. Wir machen ein Video. Das ist ein Schönesinn. Ja. Der Grund, warum wir uns da so reiben, ist, weil da die Tier aufgeht. Gell? Leider, ich habe jetzt mich nie empfehlen. Ja, du musst auch. Ja. Ich freue mich immer, wenn du gekocht hast. Danke. Bitte. Hallo, Wesna. Ich zahle ein Essen. Achso, ich muss das scannen, gell? Willst du ein Doku machen? Ich mache eine Doku. ORF1, dann um 22 Uhr irgendwas. Ich will mal was sehen. Nein. Heute ist zum letzten Mal in Heiligenstadt der wichtige Freitag. Und Freitag ist Spezitag. Rock'n'Roll, Baby, ne? Ja. Bisschen sentimental bin ich. Trinkchen in den Augen. Aber welcome zu der Königinberg. Hast du schon Bergschuhe gekauft? Ja, war schon sportlich. Ja, zur Wehmut kommt schon auf. Was alles auf diesem Schreibtisch passiert ist. Wie viele Schnittstunden und Tage und Wochen. Die Opernbälle, wo ich um vier in der Früh am Sender gekommen bin. Und dann gleich in den Wecker gegangen bin. Also, ja. Auch wie aus dem Berg. Ja. Ja. Edelman, so ist Leben. So ist Leben, oder? Genau. Irgendwas hört auf, was anderes fängt auf. Fast fertig. Fast? Fast fertig? Was heißt fast fertig? Was ist das? Ja, ich muss noch arbeiten im Gegensatz zu anderen Leuten. Ich habe ein wörnendes und ein lachendes Auge. Wer weiß, was da kommt. Aber ich freue mich umso mehr auf das Neue. Schon alles weggeräumt? Es ist richtig cool, dass wir Montag umziehen. Also, ich würde mich schon freuen, wenn ich dem Armin Wolf einen Kaffee-Tschi trinke. Ein Kaffee-Tschi? Ja. Das müssen wir uns sagen. Ich bin mehr aufgeregt, wenn wir dort ein Haar-Deck haben. Das ist so geil. Dann freut's euch schon? Am tollsten ist natürlich, dass ich jetzt einen Stehkopf habe. Diese Industrie-Atmosphäre. Und die Weinberge am Kallenberg. Und der Ausblick auf den Kallenberg. Also, wenn die Gegend hier dann wirklich schön ist, sind wir schon lange weg. Das ist schon schön. Das B-Studio-Richt ist so. Okay. Ja, also von dem muss ich mich dann eigentlich verabschieden. Ich mag das B-Studio auch lieber. Das ist irgendwie so kuschelig. Ich denk mir, ist eh schon ziemlich shabby. Shabby-chick. Verstehst du? Shabby-chick. Gehen wir. So, Finale. Prost. Und? Meinst du so lauwarm? Das ist mein bestes Getränk, das ich liebe. Was ist das überhaupt? Ich weiß es nicht, das ist süß. City Rosato. Naja. Aber kitschig. Letzter Sonnenuntergang. Um 16 Uhr. Last day of Madness. Ja, ich genieße meine Schreibtischlampe, weil dort habe ich keine, weil wir haben Clean-Desk-Policy. Ich werde wie so ein Klima-Aktivist mein Zeug auf den Tisch bieten mit Superkleber. So da. Ende Gelände. Also ein Video machst du? Ich mache ein Video. Der letzte dreht das Licht ab. Der letzte dreht das Licht ab. Aber ich bin doch nicht der Letzte, weil Norbert Ibanek hält die Stellung. Ich halte nicht die Stellung, ich gehe auch schon. Ich habe nur die Jacke noch nicht da. Ja, dann wird frisch. Alles klar. Tschüss. Tschüss. It's been a long day without you, my friend And I'll tell you all about it when I see you again We've come a long way from where we began Oh, I'll tell you all about it when I see you again And we'll see you again When I see you again Okay, bye-bye It's good Bye-bye 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 Bye-bye